Wes haram Berg, wieso lädt er mir in die Party ein? Will ich vielleicht rauswarpfen, geh mal rein. Ja, du bist doch hier halt, ne? Ja. Hey, portest du mich da wieder zurück? Kann ich machen. Du musst dann wahrscheinlich wieder hinlaufen, ne? Wollen wir den richtigen Hops nehmen? Warte, geh mal rein, ok? Mhm. Schau mal, portet er mich? Ja, portet mich, lad mich ein, das war klar. So, 6,6, 6,20. Er edit mich. Ja, dann, nehmen wir an. Hab ich. Ich find das lustig. Er schreibt Felix von den Grotto, lol. Ist er dumm? Du, wir haben den Hops genommen, ne? Aber so richtig. Keine Ahnung, das sind so Opfer einfach. Die machen alles einfach, damit sie selbes Geld bekommt. Ein anderer gönnt sie halt Null, weißt du? Er kann halt nicht viel machen. Der Grotto. You got pranked. Er freut sich so, thanks for the Dings. Und jetzt auf einmal bin ich so wieder da, so, he? Dann fühlt sich doch fett fast, oder? Was sind das für kleine? So, aber, das find ich echt lächerlich. Wenn man extra rein und, wenn man zirkuliert, so hat Harry Potter immer raus. So, ich war voll mit der Grotto, so, keine Ahnung. Wieso sprengt er das? KW ist sauer. Das könnt ihr im Video werden, Leute, Madman Teil 1. Ich war mit dem Video. So, das war's. Oh, das war's. Vielen Dank.